Diese Bauern suchen Sie. Hallo, ich bin der Erik und suche bei Bauersuchtfrau meine Traumfrau. Ich bin der Theo. Mein Hahn und ich sind echt einsam und wir suchen eine Partnerin, die mit uns das Landleben teilen möchte. Ich bin Mike und suche bei Bauersuchtfrau die Frau fürs Leben. Ich bin Christian und mein größter Wunsch ist, dass ich mit der passenden Partnerin auch eine Familie gründen kann. Möchten Sie einen dieser Bauern kennenlernen? Dann rufen Sie an oder schreiben Sie eine Mail an bauersuchtfrau.rtl.de Ich bin Christian und ich bin Christian und ich bin Christian.